Es ist wieder Zeit, eine Runde aufzunehmen und zwar auf meinem eigenen wundervollen Minecraft-Server und zwar ist die Serveradresse halodri.net darunter findet ihr das Ganze und wenn ihr halodri.net slash server eingibt dann werdet ihr auch auf die Homepage des Servers kommen und ein paar Infos dazu lesen wir wollen jetzt heute, ich habe ja gestern eine Runde One-Shot hochgeladen was ja auch sehr witzig ist, was ich demnächst auch noch ein paar mal aufnehmen werde werden wir heute ein bisschen Fun-Maps spielen und zwar folgendermaßen ihr geht hier auf Fun-Server und dann geht ihr hier rein und dann machen wir das, was ich in den letzten Tagen am liebsten gemacht habe und zwar machen wir ein paar Jump-Maps das heißt ein paar, wir werden wahrscheinlich heute erstmal versuchen die einfache zu schaffen die habe ich, ich muss sagen, ein einziges Mal habe ich sie schon geschafft sonst habe ich sie noch nie geschafft und ich muss sagen, die mittlere weiß ich noch nicht, ob ich mich da heute schon rantraue aber wie ihr seht, Körnenschfähigkeit einfach ist natürlich für einen Anfänger wie mich erstmal optimal weil wir das ja überhaupt nicht beherrschen jetzt seht ihr hier diese bunten Blöcke ich kann euch noch eins versprechen, Leute es wird bald einiges mehr kommen supergeile Sachen, die noch am Start sein werden ich habe da so viele coole Ideen, die ich mit den Jungs umsetzen werde mit denen ich hier das Ganze auf die Beine gestellt habe ich werde hier versagen ich wusste schon oh das hat schon mal geklappt zack, hier rüber und jetzt kommen die nächsten Jumps Jungs, seid ihr bereit? Boys and Girls Are you ready? To rumble? Wuhu Das läuft ja wie am Schnürchen Mensch wer hätte denn das gedacht? dass das so klappt Wuhu Okay, man kann vielleicht sehen, dass ich das doch schon ein, zweimal gemacht habe hier diese Map zack, zack jawoll so läuft es nämlich hier im Outland Geilo Freunde Nein Nein Warum? Mann Shit Das war wieder zack so Pam 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 Sehr gut sehr gut Jetzt sind wir gleich wieder da, wo wir Hi Der Witzka Herr Kapitän Hallo, wo bist du? Wird hier schon im Chat geschrieben Tja, aber Jungs, sucht mich sucht mich Nein Ich bin schon wieder an der Stelle So, jetzt müssen wir uns natürlich erstmal schnäuzen, denn wie immer, ihr kennt das von früheren Videos AppShow zum Beispiel Wenn wir aufnehmen, läuft die Nase Hab ihn Ach nö Ja, jetzt habe ich die Leute natürlich gefunden hier auf dem Server Und Ja, meinen Die könnten hier jetzt Mit mir spielen Aber ich glaube, ich werde auf jeden Fall der Erste sein, der es schafft Upsala Tja, Kollege Nein Was? Drüber gesprungen Hallo, wo bist du? Sucht mich Findet mich Ich Ich habe das manchmal noch nicht so raus mit der Koordination von meinen Fingers Mein Kopf denkt manchmal schon was anderes, was meine Finger noch gar nicht umsetzen können Uah So, jetzt hier, diese Stelle, ne Vorhin zwei, dreimal gestorben Runter gefallen Uah Ja, das macht ihr sehr fein, Leute Uuuuuh Oh man Dammit Ich komme da nicht hin Oh, jetzt haben wir den Mensch, das war Klasse Klasse Masse Zack So Hab schon ein Screen mit ihm, aber in real life, lol Leute, verratet doch nicht, wo ich bin Das ist doch gemein Die sollen mich aufsuchen So, mal gucken, ob ich es jetzt schaff Ich bin aufgeregt So Hier habe ich den Tipp bekommen, dass man durchspringen muss Man muss sich beeilen Das ist eigentlich, eigentlich ist der Parcours einfach Eigentlich ist der Parcours einfach Nein Wieder an der Stelle Oh 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 Mann Nur das Ende ist schwer Oh Oh ja Das meine ich mit der Scheiß-Koordination Aber ich könnte ja nochmal nochmal ein bisschen mehr erzählen So Ich habe hier Bestimmt auch noch hier Oh Mensch, das ist so schön gemacht Ich finde das richtig cool hier, was die Jungs hier auf die Beine gestellt haben Und deswegen habe ich mir gedacht, kann man dieses ganze Projekt hier diesen ganzen Server mal ein bisschen supporten Und deswegen habe ich mir gedacht Machen wir hier mit den Jungs was geiles Wir haben zusammen schon richtig coole Ideen, was wir noch alles machen werden An Maps oder an Spielmodis Da haben wir uns schon einiges überlegt Oh yes I did it man This is what I'm fucking talking about Das ist der nächste schwere Sprung Oh nö Mann Kacke Mal schauen, ob ich das heute noch hinbekommen Warum? Warum? Warum tut Minecraft das? Zack Zu weit gesprungen, natürlich So werden die rausgelaufen Na klar, passiert dem besten Zack, zack, zack So Uah, ja klar So, und ich dachte die Sprünge wären schon schwer Yes Die nicht mehr zugucken als wäre ich Oh yes So, jetzt nochmal volle Konzentration Auf den Sprung Hier, ich werde schon angefeuert Zack Oh man, das kann doch nicht sein, ey Wie kann man denn so schlecht sein, wie ich Aber den Teil, den schaffe ich ja immer schon ganz gut Zack Zack So, wieder Konzentration Zack, zack Wieder Konzentration hochfahren Und volle Konzentration auf die beiden Sprünge Eins, zwei Nicht geschafft, schade eigentlich All den Mut zusammen nehmen Und einfach runterlaufen ohne springen, das ist selbstverständlich Ich fange an zu schreien Ich fange an zu schreien Wie ein kleiner Ich will... Leute, ich schaffe das in einmal durch Okay, neue Challenge Fuck it Mann Wow Wow Nein, zu weit Ah, dammit Wow, guckt euch das an Das flutscht Ah Mann, wieso springe ich denn da zu weit Jetzt aber Jetzt aber Oh mein Gott Ich bin voll konzentriert, Freunde Deswegen kann es auch sein, dass ich ein bisschen weniger rede Merch, guckt... Guckt euch das an, wie das läuft Abnormalitäten Wow Ja, schön, dass ihr drei hier drinnen steht Ich freu mich für euch Ich bin der schlechterste der Welt Ich krieg's einfach nicht hin Seht euch das an, wie das... Ah, fuck it Ja, bis dahin flutscht richtig Richtig schöner Flutsch, Freunde Nein Dann wieder nicht gesprungen Holzkopf Oh, was mach ich denn? Oh, Menno! Konzentration Auf die Sprünge Oh, ich springe immer zu weit Kacke, verdammte Mann Okay, so So Bis hier entläuft Der Block ist ein bisschen komisch Oh, ich möchte das jetzt schaffen Jetzt wirklich Ohne Witz Ohne Witz Jips Ah So, jetzt den richtigen Abstrumpunkt finden Um dann den Schwung zu schaffen Natürlich ist der Schwung nicht leicht Das schaffst du Hahaha Ja, Freunde, schön, dass ihr auf meiner Seite seid Jaaaa So, jetzt weg da Ah Ist jetzt nicht geschafft Komm, Arizone Mach bitte den Weg frei Ich wäre Ihnen sehr verbunden Sehr geehrter Herr Mit freundlichen Grüßen Mit freundlichen Grüßen Hallo Dree Der juckt das gar nicht Wenn ich diesen Sprung jetzt feile Was passiert dann? Bann ich ihn Arizone T dann vom Server eigentlich? Ich Ich habe ihn geschafft Ich habe ihn geschafft So, der letzte Sprung Der letzte Sprung Der ist AFK Ja, Moin Leute, der allerletzte Sprung Der Sprung ins Glück Der Hechtsprung ins Glück, Leute Und Machen den Hechtsprung ins Glück Volle Konzentration Jaaaa Jaaaa Glückwunsch Ich habe es geschafft Ich habe es geschafft Tee Party Party ist angesagt Ich habe es geschafft Tee Ich bin der Beste Ja, Leute, ihr habt es gesehen Fun Maps finde ich eigentlich eine super gute Idee Glückwunsch, du hast es geschafft Leute, das ist der absolute Wahnsinn Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare Gebt den ganzen Daumen hoch Und schaut natürlich bei mir auf dem Server vorbei Hallodree.net Und ja, eine Runde One-Shot Hunger Games gibt es da Weil es wird es auch Survival Games geben Und noch ganz vieles mehr, worauf ich mich sehr sehr freue Und natürlich die ganzen Fun Maps nicht vergessen Leute, ich hoffe euch hat es gefallen Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag Bis zum nächsten Mal, macht es gut bis dahin Tschüss! Hallody Adam zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.